Ab sofort sind wieder persönliche Beratungen im Service Center Energiewelt der VBH in der Lausitzhalle in Hoyerswerda möglich. Interessenten und Kunden werden gebeten, vorab Termine zu vereinbaren. Diese können online über die Webseiten der SWH-Töchter gebucht werden, teilen die Versorgungsbetriebe mit. Die Serviceteams sind montags bis freitags von 9 bis 12, sowie dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr, auch telefonisch und per Mail erreichbar. Die kostenfreie Servicenummer der VBH ist 08000 469 3x6. Die Mailadresse lautet energiewelt.vbh-heu.de Kabelmax vereinbart auch Beratungstermine zu Hause. Die Telefonnummer hier ist 03571 60 33 44. Bargeld-Ein- und Auszahlungen am Kassenautomaten der VBH sind weiterhin für VBH-Kunden mit Karte uneingeschränkt möglich. Die Telefonnummer hier ist 06. Die Telefonnummer hier ist 06. Die Telefonnummer hier ist 06. Werbezeichnis, 06.